Willkommen wieder bei einer Runde Overwatch. Heute spielen wir mal was Außergewöhnliches und zwar genau das, Alter, krass. Und zwar Ari spielen wir. Nein, wir spielen Zaya, die gute Russin hier. Gameplay auf meinem Kanal mit dem Charakter gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei Videos maximal. So, und deswegen heute mal was Außergewöhnliches. Das Besondere an Zaya ist, ich kann jetzt zum Beispiel Ari ein Schild geben. Ich kann mir selber ein Schild geben. Ich kann so eine Art Granaten werfen. Ich kann einen Laserstrahl machen. Und, ja, die Fähigkeiten kann ich aber verstärken. Wenn ich Ari in die Bubble gebe und alle auf Ari feuern, mache ich dann mehr Damage zum Beispiel. Solche Sachen. Außerdem kann ich Ari auch gut kombinieren, indem ich zum Beispiel, wenn sie ihre Ulti hat und ich, ne. Das ist lustig, da. Ja, zum Beispiel. Wir haben einen Rodi-Hock. Ja, ja, ich habe es mitbekommen. So, ich habe dir einen Dumfist mal rasiert. Wo bist du? Er hat sich Heilung geholt. Ich hatte ihn fast tot. Toll. Ich habe dir Bubble gegeben. Ja, danke. Im richtigen Moment, glaube ich. Ich glaube auch. Irgendwie ist das ganz süßig gerade. Störb, Brigitte! Dankeschön. Plupps! Bin eingestefert worden. Oh, hier ist irgendwo eine Tracer, aber ich weiß nicht wo. Oh, wie geil ist unsere Brigitte, bitte. Sie stellt sich mit ihrem Schild vor mich, während ich geschlafen habe. Das ist ja süß von ihr. Ja, süschi. So, jetzt hier aufpassen. Ich bin gerade auf jeden Fall zu blind für alles. Ich feuere da einfach mal rein. So. Nee, Dumfist. Nee. Ich komme zurück. Scheiße. Als ob die einen Fug reingenommen haben. Ja, sicher. Ich war nicht da. Reicht mir jetzt. Sehr gut. Habe ich jemanden umgebracht? Ich glaube, es hing an mir. Ja, mich hast du fast gekillt. Ich dachte nämlich, es hing am Reaper. Vielleicht hings auch am Reaper. Bin mir nicht sicher. Komm her, komm her, blöde. Oh, wie nice der Muffer. Den Dumfist bin ich die ganze Zeit am Töten. Sorry, wie ich so ein bisschen konzentrierter bin. Das ist halt ein Held, den ich so gar nicht beherrsche. Das ist mein Problem. Ja, aber das ist ja, ne? Sorry, sorry. Legitim dann. So, ich hab meine Ultimo ist ready, ne? Ja, ich hab meine ja schon gesetzt. Ja. Kannst du aber ja gut auch mit anderen kombinieren. So, falls ich kümmere... Ja, nice. Doppelkills hatte ich trotzdem gemacht. Dreifachkills. Dreifachkills. Alle weg. Perfekt. Set, Mann. Ja, das war's, ne? Erste Runde gewonnen. Okay. Ich hab das Gefühl, ich hab gar nichts gemacht irgendwie. Aber wiederum hab ich das Gefühl, ich hab was gemacht. Voll merkwürdig. Du brennst. Das heißt, du hast was gemacht. Ja, weil ich hab irgendwie nicht krassen Medaillen, aber ich hab das Gefühl, ich hab irgendwie trotzdem geholfen. Durch die Aktion so ein bisschen mit den Chilien. Mit dem... Mit der UNT und so. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Du bist halt so ein Tank-Supporter einfach, finde ich. Weil ich finde, du machst nicht ganz so viel Schaden. Weißt du, wie ich meine? Also, ich find's schwierig, mit ihr wirklich den Ausstand zu machen. Ab und an, ab und an, ja. Also, den Doomfist zum Beispiel hab ich richtig gut rasiert. Ja. Fand ich. Ach, komm, Mann. Ach, du hast getroffen. Ja, Ball. Ball, ball, ball. Ach, du hast einen coolen Skin, ja? Ja, das stimmt. Ah, wie wär noch mal der Song dazu? Ich hab das vergessen. Ich auch. Aber ist das nicht der Song von den Laufz-Teams? Let's go, Physicke, Physicke. Na, 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 Physicke. Der Soldier hat ja ein Mikrofon über sich, heißt das, der beim Voice chillt? Ich glaube, ja, bin mir nicht sicher. Nein, ach, nein, nein, nein. Fui, aus. Weg mit dir. Wo ist der Doomfist? Haben sich alle versteckt? So, Doomfist ist down. Nee, Doomfist ist tot. Der hat unsere Wunder, wunderbare, tolle Mercy, glaube ich, gequillt. Achtung, Achtung, da ist der Affe. Ja, ja. Affe, Affe, Giraffe. Hier ist der Doomfist, schnell, hol ihn dir. Aua, er tut mir weh. Ja, ich hab grad Dings gemacht, sorry. So, diesmal halte ich mal meine Ulti, ja? Ja, musst, musst du nicht. Doch, ich will, dass wir unsere kombinieren. Oh nein, unsere Dings ist tot. Oh shit, Alter. Nein. Was ist los? Ich bin gestorben. Ja, ja. Nein. Du stehst besser. Ich weiß nicht, ob ich am besten den Laser weiterfeuer oder dann die Dingsgranaten mache. Also der Laser heißt, glaube ich, nur eine sehr begrenzte Reichweite. Ja, ja, im Nahkampf meine ich. Ja. Mir ist ja viel im Nahkampf gerade gewesen andauernd. Ach so, ach so. So, ich komm wieder hoch. Ich mach immer meine Heilpügelchen kaputt. Die kann man kaputt machen? Ja, mit meinem Schild. Oh toll, jetzt ist... Ess die einfach. Mach mal den Affen. Der ist immer fast tot, aber nur fast. Das macht mich ein bisschen traurig. Bleib hier. Du blöde Tracer. Aua, aua, aua. Zu mir. So, hier, komm her, du. Verkackte Tracer. Ja, die haben keine Chance gehabt, Mann. Du hast deine Ulp noch nicht, ne? Ne. Oh, der arme Affe ist voll weggeflogen. Hab ich sie noch erwischt? Ich hab ein Dings bekommen. Ein Hitmarker. Hab ich sie gekillt? Nice. Ich bin irgendwie verwirrt, aber... Was ist passiert? Man kann auch mal verwirrt sein. Unsere Mercy war echt cool. Ja, Mann. Koch, wie sie den wiederbelebt hat. Quack. Da dachte ich mir, ja. Hä, was ist das für ein Highlight? Keine Ahnung. Richtig gut. Ja, ich hab keine einzelnen Goldmedaille. Nice. Aber ich hab irgendwie vers... Ich hab das Gefühl... Ich war gar nicht so kacke dabei. Das war mal wieder eine crazy Zwei-Jahr-Runde. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne habt, dann wer tut da. Einen Kommentar. Und bis zu einer weiteren Folge Overwatch. Bis dann. Und tschüttelü. Super 2-Jahr-Runde.